ja das glaube ich gerne so bekannt warum nicht und vor allem ja nicht durch dummheiten bekannt machen wir eben die andere waffe wieder heile weil haben mit der anderen besser klar weil sie schneller ist schnellere waffe ist einfach besser ästchenjäger seif das weiß ich gerade nicht was ist das genau ist das ist das eine waffe oder ja genau das habe ich auch was aber nicht heißt dass das teil irgendwie großartig schnell ist ich meine ich könnte es ja mal eben kurz ausprobieren hier reinpacken ne das kannst du knicken das ding das probiere ich gar nicht erst aus und Oh. also wie gesagt bestienjäger sei vorhanden aber die ist mir die es mir absolut langsam also hält eigentlich unsere ja wie heißt jetzt bestien blut ablätte hält die länger wenn wir wenn wir mehr einsicht haben oder so wenn das sein weil ich meine ist ja egal ich könnte ja eigentlich poppen und dann die einfach dabei haben hält nicht länger na gut dann sei es doch super start fuck off das ist doch nicht dein ernst aber ist ja nervig schön bestie blut tablette und blitzpapier gewastet aber richtig kann man nicht mal mehr sagen so ach ja das ist ja das ist ja doof gelaufen ist das war absolut leistet mann 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 hast du nicht hoch ist ein bisschen tun wir auch so zweiter ist einfacher das mag sein ich mache den aber nicht zu zweit den habe ich allein und das best dem blut das macht ja irgendwann mehr schaden also ab einem bestimmten punkt wirst du dadurch ja stärker deswegen nutzt man es ja ich hätte mich auch heilen können warte waffe ich da mal kurz genau ich habe hier natürlich das blitzpapier auf die axt angewendet gehabt und ich sehe jetzt ein neues vor mir jetzt Alter. Ach, schön daneben. Oh, oh, oh. Echt gedacht, das hier ist gerade mega shit-dodge, ey. Komm her, hier. Das gibt's doch nicht. Gut, ja hier kommt's zum Wasser, ey. Das ist doch nicht lustig, der da. Wow. Wow. Was ist das denn bitte? Hm. Was sagen, wenn er mich jetzt nur ein zweites Mal damit drückt, dann bin ich aber weg. Ja. Du Drecksack, du Elender. Ja. So. Ah nein. Wieder da reingerannt. Was ist von mir jetzt? Ah nein. Ach nein. Mach uns immer so, ey. Komm, mach was. Was? Mach's nicht unbedingt. Ich seh dich wieder nicht. Du Spacken. Du Spacken. Ach, das gibt's ja nicht. Ja. Ach, das ist ja nicht. Äh. Das war's. 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 C. Das war's. 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 Das war's.